Große Unternehmen zeigen Umsatzwachstum im dritten Quartal. Im dritten Quartal des laufenden Jahres haben viele große Unternehmen ein signifikantes Umsatzwachstum verzeichnet. Diese Entwicklung ist sowohl für die Unternehmen selbst als auch für die gesamte Wirtschaft von großer Bedeutung. Analysten und Wirtschaftsfachleute sind zuversichtlich, dass der positive Trend sich fortsetzen könnte, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der globalen Erholung nach den Herausforderungen der letzten Jahre. Unternehmen aus verschiedenen Branchen berichteten von steigenden Umsätzen, was auf eine Stabilisierung der Märkte und eine Zunahme der Verbraucherausgaben hindeutet. Besonders im Technologiesektor zeigten einige der führenden Firmen beeindruckende Ergebnisse. Eine der großen Tech-Firmen vermeldete, dass ihre Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20 Prozent gestiegen seien, was durch eine erhöhte Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen bedingt war. Ebenfalls bemerkenswert ist das Umsatzwachstum im Einzelhandel. Hier berichteten mehrere führende Marken, dass ihre Verkaufszahlen über den Erwartungen lagen. Eine namhafte Einzelhandelsmarke gab an, dass die Umsätze im dritten Quartal um 15 Prozent zugenommen hätten, was auf ein starkes Weihnachtsgeschäft hindeutet. Experten erklären, dass die Verbraucher bereit sind, mehr Geld auszugeben, was durch das gestiegene Vertrauen in die Wirtschaft unterstützt wird. Im Industriesektor wurde ebenfalls ein positiver Trend beobachtet. Unternehmen in der Fertigung und Logistik berichteten, dass die Nachfrage nach ihren Dienstleistungen erheblich gestiegen sei. Eine große Fertigungsfirma stellte fest, dass sie eine Produktionssteigerung von rund 10 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal erreichen konnte, was als Indiz für eine stärkere wirtschaftliche Aktivität gewertet wird. Diese Nachrichten kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Märkte stabiler erscheinen und die Unsicherheiten, die durch die Pandemie verursacht wurden, allmählich abnehmen. Viele Investoren sehen diese Umsatzsteigerung als positives Signal für zukünftige Investitionen. Analysten vermuten, dass die Unternehmen weiterhin von der Erholung profitieren werden, vor allem wenn die internationalen Märkte ebenfalls an Dynamik gewinnen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die im dritten Quartal veröffentlichten Umsatzberichte ein optimistisches Bild der wirtschaftlichen Lage zeichnen. Die Ergebnisse vieler großer Unternehmen deuten darauf hin, dass die Wirtschaft auf dem Weg der Besserung ist und dass ein positives Umfeld für weiteres Wachstum geschaffen werden kann. Autorin Anita Farke, Freitag 11. Oktober 2024